Vielen, vielen Dank für die heftig positive Resonanz meines ersten React-to-Videos. Vergisst nicht, wenn ihr auch dabei sein wollt, dann schickt mir einfach eure beste Reaktion oder euer Geistes-Pack. Und ja, mit etwas Glück bist du dabei, einfach die an die E-Mail-Adresse bdb-bewertung-at-gmail.com schicken. Ich hoffe, ihr bewertet dieses Video genauso geil wie das letzte. Daumen nach oben, solltest du neu sein, hinterlasst doch sehr, sehr gerne ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt ab zum Video. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Folge Nummer 2, die mal mit einer Path-to-Glory-Karte beginnt. Die Reaktion war natürlich nicht unbedingt das Beste, aber ich möchte euch noch einmal zum Abschied zeigen, wie geil eigentlich diese Reanimation, Reanimation, diese Pack-Animation ist. Guckt mal selbst, Grüße gehen raus, danke für die Einsendung. Das dürften seine Squad-Battles-Rewards gewesen sein, also immer brav machen, das sind wie 3-Packs. Let's go! Aufgemacht, mal gucken, was da drin ist. Und es ist ein Schlitz. So geil. Sieht so geil aus. Loll. Loll, wer ist das? Bam! Hier war er angezogen. Hast du? Ja, finde ich auch. Loll. Loll! Richtig geil! Finde ich auch. Auf jeden Fall. Jetzt gar nicht gerechnet. Diese Animation. Lass mich auch sprechen. Wir sind erst morgens um 6.21 Uhr, um ganz genau zu sein. Okay. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schön ist, aber lol. Lol? Das sieht ja mal richtig geil aus. Die Animation ist so geil. Nochmal, grüße gehen raus. 130k. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er jetzt wert ist, aber trotzdem geil. Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, so wie jeder andere. Ja gut, Leute. War wohl doch nicht die einzige Peff2Glory-Karte, aber das Kuriose. Das Kuriose. Seht einfach selbst. Ey, irgendwie ist alles egal. Grüße gehen raus. MBF TV. Skippen wir einfach. Egal. Und da. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lorenz. Du weißt nicht, was gerade passiert ist. Doch. Ich ziehe so ein 82 plus Ratingpack, ne? Ne? Also so ein 81 plus Ratingpack. Skipp versehentlich. Was kommt? Pastore. Pink und Sirigo in Form. Den ist alles egal einfach. Auf jeden Fall freut mich für euch oder für dich. Richtig, richtig geil. Aber das war nicht das einzige Pack. Nummer 1 kommt hier. Schauen wir gleich. Da noch Smalltalk, aber wartet nur. Das muss so OP gewesen sein, dieses 81 plus bei ihm. Guckt jetzt. Wenn ich so schnell, wenn ich direkt nachschaue, ob einer verkauft wurde, dann ist da einer verkauft. Und dann... Ey! Dybala! 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 Nein! Ich schmör! Ich schmör! So geil! Ich schmör! Dybala! Halsmaul! Nein! Immer dieser Halsmaul, ne? Ich schick dir Foto! Ich schmör! Schick mir Foto! Schick mir Foto! Von welchem Video rede ich gerade, Leute? Ich denke mir so, ja, rechter Flügel, ja. Sicher so. Nicht so, entweder jetzt kommt rechter Flügel, besser oder so, ne Scheiße. Und dann Z2M denke ich mir so, okay. Auf jeden Fall mega, mega geil. Grüße gegen Rohr, ist auch er in der Videobeschreibung verlinkt. Das nächste Pack kommt von den YouTuber-Type-Lays. Grüße gegen Rohr, sind ich, mein Lieber. Und ich liebe diese Arten von Packs. Ihr kennt das von mir, die No-Look-Chat-Packs. Und ja, keine Ahnung, das wird, glaube ich, nicht das einzige Pack gewesen sein, was so eine spezielle Art gehabt hat. Guckt hier, gönne ich dir auf jeden Fall. Los, wir gehen rein ins Packchen, los geht's. Es gab nur einer, ich schick Teilhack. Okay, das bringt Glück. Aha, wegen Glück. Dann machen wir das Pack hier. Barm, Jungs. Wir drehen uns für die Leinwand. Ich kann mich nicht drehen. Okay, so eine Leinwand, ja. Komm schon, Begge, nein. Stürmer. Lukaku, Lukaku, oh mein Gott. Ich liebe es. Lukaku, oh mein Gott, Lukaku. Nein, 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 oh mein Gott, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, Lukaku, Lukaku, nein. Okay. Ich komme nicht drauf klar, wo ich Begge gesehen habe, nein, nein. Lukaku, Lukaku, ja, wie oft noch? Ich bin's, ich bin's der Lukaku. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, nein. So geil. Nein, 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 nein. Ich mag den auch mega, also check den aus. Nächstes Pack. Kommen wir zum nächsten Teilnehmer. Michi, Grizzly, FIFA, einer meiner Bruce, Leute. Und ich glaube, dass er ein Pack-Experiment oder so gemacht hat. Ihr kennt das ja, ein paar Packs mal zu präsentieren, ist das Schlitzgarantie oder sonstiges. Und guckt den einfach an. Also er kommt überhaupt nicht auf sein Leben, klar. Das erste Pack, das erste verdammte Pack, das er geöffnet hat in diesem Video. Let's go, grüße Michi. Also, 13 Packs haben wir am Start. Ich würde sagen, erstes Grießmann-Pack mit der Nase. Grießmann-Pack mit Nase. Wieder so ein Special-Pack, Leute. Grießmann-Pack. Aufpassen, Leute. Das ist in dem ersten Pack schon was Heftiges ziehen. Und da ist es auf jeden Fall schon der erste Schlitz. Frankreich! Stürmer! Tart-Kritiko! Grießmann im ersten Pack. Was zur Hölle? Grießmann im Grießmann-Pack. No fucking way. Das war mein erstes Pack. Yes! Ich werde euch den Übergang komplett am Start reinhauen. Holy shit. Holy moly. Grießmann, ich dachte wirklich, es wird Programmero oder so. Grießmann im ersten Pack. Der Beat ist auch geil. Oh, empfiehlt. Ich muss gleich mal ein Bild machen. Holy shit. Ich mach das Bild für dich. Oh, der fuck. Ich kann grad gar nicht drauf. Sehr, sehr geil. Grießmann im Nase Grießmann-Pack. Oh ja! Okay. By the way. No way. Alter, lass es hier nicht. Einfach noch ein Info haben. Fuck my life. Nächstes Pack. Grüße an Michi. Kommen wir nun zu Kyle Play FIFA HD. Auch mit ihm habe ich schon ein Video gemacht in FIFA 18. Also unbedingt Auschecker. Und Leute, ich persönlich, ich freue mich mega für ihn, weil er schon, genau wie ich, momentan extremes Anlag-Pack-Lack hat. Oder wie heißt das Ganze? Egal. Auf jeden Fall, guckt rein. Und irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde seine Reaction richtig emotional. So, ich habe irgendwie voll mit ihm mitfühlen müssen. Guckt das euch an. Grüße an Kyle. So, Freunde, wir kommen direkt zum ersten Pack. Komm schon. Komm. So. Komm. Wer kommt? Schlitz. Immerhin. In Form. Salah! 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 Salah, Mann! So geil. Es ist Salah. Mohammed Salah. So muss es sein. So muss es sein. Ich habe nicht, ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Al-Sharami oder was auch immer. Es ist einfach Salah. Wer rechnet damit, dass es fucking Salah im ersten Pack ist? So geil. Und jetzt? Ich öffne gegen Michi für 100 Euro. Ich kriege vier Schlitze. Ich öffne hier das erste Pack. Irgendwie richtig süß, ne? Nahoma. Also, wer mir das jetzt nicht gönnt, vor allem die Leute, die in letzter Zeit meine Videos geschaut haben, wer mir das jetzt nicht gönnt, ohne Witz, ist es... Schau jetzt. Oh. Da muss ich irgendwie richtig mitfühlen, ne? Da, guck. Es ist endlich Salah. Richtig süß, ne? Dafür hat er später auch noch Verratti und so gezogen in diesem Pack-Opening. Aber sehr, sehr geil. Grüße an Kai. Nächstes Pack. Bei dem nächsten Kandidat FIFA Motion könnt ihr auch sehr gerne vorbeigucken, weil da hat er noch ein paar andere Packs gehabt, die sehr, sehr geil waren. Couture à la Cassette unter anderem. Aber ich gönne euch diese Pack-Reaction. Weil, ihr wisst ja, es gibt diese eine Nation, die niemand haben möchte. Aber wenn genau der Spieler drinnen ist, sich jeder heftig freut. Gibt euch das Grüße an FIFA Motion. Oh Quatsch, halt auf. Spass. Weißt du nicht. Was? Was? Ich stehe das mal genau. Ich stehe das mal genau. Ich stehe das mal. 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 Auf jeden Fall, die Rea gönne ich dir. Hast du gut gemacht. Checkt ihn aus. Und der Nächste hatte auch übertriebenes Pack-Lock. Möchte auch in einem 7,5K mal so einen geilen Spieler ziehen. Checkt es mal rein. Checkt es euch ab. Auf jeden Fall. So geil. Guckt. Zack. Jawohl, Schlitz. Komm. Argentinien. RF. Oh mein Gott. Nein. Ich habe Messi gezogen. Ich habe Messi gezogen. Nein. Nein. Ich habe den 93er Lionel Messi gezogen. No way. No way. Ich habe Messi gezogen. Nein. Ich habe Messi gezogen. Ich habe Messi gezogen. Was? Nein. Messi. Messi. Ich habe Messi gezogen. So geil. Nein, Lionel Messi. Oh mein Gott. Das erinnert mich immer an MontanaBlack. nur er ist halt der junge Montana Peck Ich hab Messi Rätung Ich glaub dir, dass es kein Fake ist No way Lionel Messi So geil Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Doch So geil, gönn dir das Peck Oh mein Gott Und jetzt kommt das Finale, Dicker Kommen wir nun zu meinem Bro Alex96 Leute Bitte checkt ihn aus, abonniert ihn Es fehlt nicht mehr viel auf die 10.000 Wenn ich mich jetzt nicht täusche 400 Abonnenten fehlen noch Grüß ihn raus, mein Lieber Alle, die dieses Video gesehen haben Klickt unbedingt auf den Link In meiner Videobeschreibung Hinterlässt ihn in seinem Video Grüße von mir Hashtag PowerToFamily Abonniert ihn, gönnt ihm die 10k Wirklich, das ist das Schönste Das erste Mal 5-stellig Ich weiß es aus persönlicher Erfahrung Nochmal Grüße gehen raus Und ich Alex Und guckt euch dieses Peck an Das nenne ich Ein persönliches Orgasmus-Peck Haha Ich wusste eh mal lachen Wenn ich das gesehen habe Checkt das mal aus Und das letzte Set Einmal nochmal gönnen Komm So geil Was Gutes geben Ein Schlitz ist schon mal sehr Oh mein Gott Jetzt Oh mein Gott Yes Yes Wie eine Schwangerei Ja Mann Yes Mann Yes Das ist saugut Ich finde das so geil Ja Mann, erstmal Foto machen Oh Jungs, wie geil Und du wieder Zack So geil einfach Das freut mich Oh, wie geil Und der bringt Save Sauviel Ich gönne sie Richtig Alex Das ist sehr gut Jetzt kann ich mir nämlich Ronaldo holen Bale Und Blanc Übertreib gleich deine Lage Brody Aber er ist einer Der macht das Ganze Über Trading Und eben durch Food Champions Hat er sein Team aufgebaut Ikone Blanc Hat er Ronaldo Keine Ahnung was Auf jeden Fall Checkt Alex96 aus Damit beende ich jetzt Dieses Video Wie gesagt Solltet ihr ein geiles Pack haben Schickt es mir unbedingt An bdb Appbewertung Punkt Komm Appbewertung Warte mal Genau Dann schickt es mir unbedingt An meine E-Mail Adresse bdb Bewertung At gmail.com Mit einer geilen Reaction Oder ein geiles Pack Interlässt euch sehr gerne Ein Abo Daumen nach oben Nicht vergessen Alle Links in der Beschreibung aus Damit verabschiede ich mich Ciao Ciao